Ich möchte mal kurz demonstrieren, wie schnell der Erkio wirklich anspricht und nämlich reinpuste. Die Aktualisierungsrate ist etwa anderthalb Sekunden und man sieht jetzt schon in der Handy-App, dass der Kohlendioxidwert stark ansteigt. Auch in der Web-App, in der Postenübersicht, sieht man, dass der Kohlendioxidwert stark steigt. In der Aspen-Luft sind auch noch organische Verbindungen, die sogenannten VOC-Gase, die steigen jetzt auch an. Man sieht auch, dass es im Büro hier sommerlich warm ist. Und am Lärm sieht man, dass ich gerade spreche.